Erstmal würde ich mir gerne von Reportagen den Diss-Track reinziehen, meine Damen und Herren. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was Reportagen da wieder rausgeballert hat. Gucken wir da mal ganz kurz rein. Das sieht auf jeden Fall schon aus wie ein Ikea-Werbespot. Habe ich direkt Bock drauf, mir den Stuhl selber über den Kopf zu ziehen. Ich finde, sein Flow hat sich krank nochmal gebessert, Alter. Wisst ihr, was ich meine? Boah, er war schon immer sau-tight und so. Aber er hat so eine geisteskrank geile Stimme und er wird technisch immer, immer versierter und immer, immer besser, Alter. Riesiges Shoutout, Digga. Wirklich krank gut, Mann. Ehrlich, kann ich nicht so sagen. Qualitätsmäßig sowieso. Mische, Beat, das alles, das Mastering, das klingt alles so damn tight, so richtig, richtig nice. Da ist jemand dran, der wirklich Leidenschaft da reinsteckt. Man sieht es in den Videos so. Es ist immer was Besonderes mit kleinen Effekten und sowas noch drin. Obwohl es nicht krank aufwendig ist, hat es trotzdem einen sehr, sehr hohen Standard, Alter. Ich würde mich nicht wundern. Ich glaube, das ist sogar, ja, ich würde es gerade sagen, ist in 4K. In der Optik sieht man das. Krank gut, Mann. Wirklich. Meine Stärke, meine Taten und mein Leben, was ich denke, wie ich rede, wen ich liebe, meine Sinne, die Gemeinde, das kann keiner hier brechen. Niemals. Ihr macht mich krank, ich hab gekämpft und geblutet und mich dann wieder rebooted. Willst du was machen, dann tu es, willst du was schaffen, versuch es, denn du hast nichts zu... Sowas feiere ich auch immer. Wenn sich ein Rapper hinsetzt und sich quasi mit sich selber unterhält, so ein bisschen monologmäßig, sich einfach den Shit, der gerade durch seinen Kopf geht, vom Kopf rappt, so von der Seele rappt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach gerade so ein... Lass dir jetzt einfach mal kurz meine Gedanken raus. Klar ist das ein geschriebener Text und kein Freestyle so, aber das ist alles, alles damn tight. So, das kommt aus dem Herzen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach zack, 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 runter rappt. Bisschen wie Kontra K. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber so an sich schon ganz gut. Die Tuboglatze fehlt. Ihr habt recht, Mann. Ihr müsst immer diese scheiß Tuboglatze an. Ich mach's doch deutlich besser als Tubog. Kann man nicht anders sagen. Das Video ist über Monte. Real Talk. Das Video ist über Monte? Warum sollte das Video über Monte sein? What the fuck, was hat das denn mit Monte zu tun, Alter? Macht doch gar keinen Sinn. Scheiß auf alte Freunde, die sich nie gemeldet haben. Scheiß auf alte Freunde, die sich jetzt gemeldet haben. Lass sie kommen. Ich stehe, bleib und warte hier. Boah, dieses Scheiß auf alte Freunde, die sich nie gemeldet haben. Scheiß auf alte Freunde, die sich jetzt erst gemeldet haben. Kenn ich auch, Alter. So eine ganze Zeit lang, man ist gerade am Aufbau, sein Hustle zu machen und sowas. Die Leute interessiert es kein bisschen, was man macht. Und jetzt kommen sie alle an. Hey, hey Brudi, sollen wir mal was trinken gehen? Verpiss dich, Alter, wirklich. Lass sie kämpfen, ich stehe, bleib und warte hier. Scheiß auf alte Freunde, die sich nie gemeldet haben. Scheiß auf alte Freunde, die sich jetzt gemeldet haben. Ich hab euch immer geholfen und ich war immer da. Mein Leben hat sich verändert mit einem Windpanschlag. Wir leben im Internet, die echte Welt ist draußen. Schon öfters auf die Handys, als Menschen in die Augen. Noch sitz ich auf dem Thron und übergebe kein Zepter. Geh über Leichen wie Dexter und übernehme das Schöpter. Ich finde das voll nice mit dem Stuhl. Das ist ein richtig geiles Dillement, so dass der so knallend gelb ist, Alter. Finde ich ganz cool. Rollert gut rein im Video. Ich bin eine gierige Geier, zerstör die Plattform und sci-fi. Ich bin der Born-Again-Biker, halt deine Fresse, geh weiter, zähle präzise mit Sniper auf eure winzigen Neier. Denn ich bin einfach nicht greifbar, ich bin wie Kaido, ein Kaiser. Hier kommt der... Ich bin... Kaido? Oder Kaido, was hat er gesagt? Denn ich bin einfach nicht greifbar, ich bin wie Kaido, ein Kaiser. Kaido. Ah, Kaido, okay, Japaner. Ich will am Mikro, hier rappen 110 Kilo, hol mir aus Botti die Mio, ich will nach oben wie Chico. Jetzt hast du neue Brüder, sie stehen hinter dir an schlechten Tagen. Doch jeder von den Neuen könnte auch ein Messer tragen. Hast du ein bisschen famous, jeder hier, dein Freund. Ihr spielt nicht im Game mit, das Game, er spielt euch. Boah, starke Line, Alter, stark. Sehr geil. Lass sie kommen, ich stehe, bleibe und warte hier. Lass sie reden, ich stehe, bleibe und warte hier. Ah, Kaido aus One Piece, ja, ja. Sehr, ja. Scheiß auf alte Freunde, die sich nie gemeldet haben. Scheiß auf alte... Keiner der Gute hat, Japaner. Ich dachte, ja, komm, Chad, halt die Fresse, Alter, lass sie, komm. Scheiß auf alte Freunde, die sich jetzt gemeldet haben. Lass sie kommen, ich stehe, bleibe und warte hier. Lass sie kämpfen, ich stehe, bleibe und warte hier. Scheiß auf alte Freunde, die sich nie gemeldet haben. Scheiß auf alte Freunde, die sich jetzt gemeldet haben. Keiner von euch nimmt mehr meine letzte Chance. Denke ich diesen Weg nicht weiter, ja, dann war's umsonst. Lieb ich immer, wenn so ein deeper Break kommt, man. Die ganzen Blutsauge haben mich benutzt. Südroms, Mann, lass es kein Greenspan, halt deine Fresse jetzt. Nie wieder High Five, als wäre der Captain Hook. Und mein Kontostand sieht aus wie ein Puck. Hater decken auf und ich denke mir, so muss. Von der Art so hässlich, dass sie innerlich verwiesen. Ist ein Zug abgefahren, steige in den Hins. Ich habe YouTube an die Ära genommen und habe damit eine neue Ära begonnen. Aber jetzt kommen und wollen sie mal... Das finde ich so feierhaft bei ihm, dass er seinem Stil, diesem Titan... Ja, nicht Gangster-Rap, sondern diesem Titan-Battle-Rap-Stil quasi richtig auf die Fresse. True-Rap reingefickt, einfach so stolz beibleibt. Wisst ihr, was ich meine? So, alle verbiegen sich irgendwie, wollen Dancehall-Trap irgendwas machen und so. Und er bleibt einfach bei seinem Ding. Das finde ich sehr cool. Problemen kriegt man nicht weg mit Jack Daniels. Also, weiß ich nicht. Alkohol kann ja schon, da kann man ja schon reinigen mit, ne? Aber ich verstehe die Message. Trinkt nicht. Rakelein, du bist kein Mann, hast du keine Emotionen. Ich bin so hart, ich liebe nicht, ich habe keine Trauer in mir. Bullshit. Sehr stark, Bro. Sehr, sehr stark. Gefällt mir ganz gut.